Die Gitarre ist ein bekanntes und beliebtes Instrument. Man kann sie solo spielen, also allein, oder in einem unserer Gitarren-Ensembles. Viel Spaß macht die Gitarre auch zusammen mit anderen Instrumenten in einer Band oder Vorgruppe der Musikschule. Auch Gesang- oder Melodieinstrumente passen wunderbar zu den zarten Gitarrenklängen. Mit ihr kann man Melodien, aber auch mehrstimmig und Begleitungen spielen. Sie ist ein ideales Instrument für Zuhause und die Konzertbühne.